und jetzt hat dann schon ja und die Aufnahme startet jetzt auch schon oh yeah oh yeah und du hast gerade etwas gesagt was das auch noch in der Aufnahme drin ist oh mein Gott er setzt er dann schon absteuert was man leise ein Händler Musik ist so entlaut wenn ich auch immer wieder lustig wenn ich gar nicht verlaut er hat er in der Testaufnahme hat man nicht ja und mich trotzdem also von daher habe ich ja eigentlich muss so also mich brauchte gar nicht so froh oder hier muss ich auf null plan ich auch gut das ist so gut ist für mich naja passt schon so das weiß ich noch naja hier ja wir haben ein burner stab und alle drei flaschen und das level 4 schwert und die Silberpfeile also die Lichtpfeile und man vier Flasche durch drei gesammt auch er habe ich meine vier ich konnte das Bandyteil kaputt schlagen ich hab's gesehen irgendwie ist die Übertragung total flüssig heute und die Hand hatte ich wieder geschnappt ach ja deswegen war ja beim letzten mal der Cut genau genau ich komme also wir machen jetzt genau so weiter wo es jetzt schon aufgehört hat ja auch obwohl wir schon eine Minute 19 aufnehmen mal viel geschafft oh ja wie wärs wenn der jetzt morgen in so Handtrennen rennt hat man noch nie gesehen ne sowas mache ich nicht ach so wenn ich nicht schon wohl kaputt gekloppt ja was denn sonst ich laufe jetzt einfach hier so im Kreis rum Hadi hat mich nicht gekriegt aber ich will die Fee haben ähm ich fang's aber ein ja das war natürlich sehr gut eingefangen naja hauptsache Energie ich wollte grad sagen verwende sie doch gleich so viel besser naja ich hab's ja eh erstmal so eingesammelt aber oh ich brauch magische Energie hast du mal was äh Moment äh ne hab grad nix in stecke oh schade ey so eine Hand können wir jetzt voll schnell töten ich glaub zwei Schläge waren das naja das ist auch cool so goldene Mütze goldene Schildtour oh noch einer Kim hab letztes gefällt das gewandt doch oder wie nein nein oh oh ich dachte wir haben schon das neue gewandt oh nö ja ich meine es ist cool dass die blaue Mütze ich dass ich das äh naja blaue Mark das hab ich nie gesagt ey in dem Raum waren wir schon oh cool wegen den Teleporter und doch hier muss man glaube ich alles töten dann kriegt man was naja eigentlich hoff ich das nur ich weiß es ja nicht du weißt doch alles worüber das spiel sag mal kriegt man dann was also du musst es in der gewissen Reihe folgen musst du die Gegner kaputtmache ansonsten kriegst du nix ja dann hab ich wohl die richtige rein ne muss ich das echt? ja weißt du das? ich weiß alles über das spiel du musst äh erst mit klar bestimmt kaputtmache hä und wieso sind die beiden nicht mehr da? ja dann war es wohl doch falsch ich hab hier bloß vermutet hätte du gerne sein aber Energie bekommen das was wert für ein kurzer Moment hast du gedacht ich hätte Ahnung von dem spiel das macht mich glücklich also jetzt müssen wir hier müssen alle Fackeln anmachen und uns aber beeilen ähm ich mach schon mal den Weg alles frei und so nein 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 ich bin ausge... ich hab ich schon im dritten Schattentempel gehasst ey scheiße oh nooo ich war schon ein Bosski oder? ah ich glaub schon ich mein den Bosski gibt's hier und dann nur noch nach oben lauf oh je immer das gleiche das ist so verdammt spannend alter ich sag jetzt kein blödes Wort aber ich find's scheiße ficken oh ich hab doch noch ein falsches äh witzes Wort gesagt und du auch jetzt kommen wir bei den Knast oh damn komm ja komm ja jawoll nein du doch nicht ich hab die Kiste ich kann einfach losgehen ich seh ein Hase im Spiel ich nicht oh die Hand braucht nur einen Schlag schön und die Mugeln brauchen auch nicht mehr 10.000 Schläge ah ist alles schön hier und da im Spiel muss man das mitnehmen ähm manchen Pulver da machen die Fackeln ich hab mich für uns leilich in Feuerstab nein 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 ist mir egal ob ich Schaden fliege nein NEEEEEIN geh weg ich versuch grad nachzuvollziehen was hier passiert ich hab sie bloß so ganz dumme Abschnitte immer ja ja ich muss ja einfach alle ähh Fackeln endmachen aber da hast du nicht gesagt das Bild läuft heute auch sonst als immer flüssig ja ja am Anfang war das gut jetzt ist es irgendwie überrührt total mies ach ja 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 ah ah ja alle in die ein bisschen schneller und das ganze wahrscheinlich mache ganz ob wir hier stelle und bis sie flotter das war durchaus noch falscher aber ich verdammt knapp und das wird wir nicht das könnte was war was ist denn das für ein schweiß das war ein negativer einfluss mal wieder wahrscheinlich im ersten der schattenbanken ach das war ich ja ja da habe ich ja den endpost hinbekommen ich habe den kompass eingesammelt und da sind die löcher gekommen ja sache gibt es geht nicht nach real wir können mich mal alle aufwachen ja das war so klar ich bin da schau du bist schlau schlüssele wissen ich glaube ich bin you are my hero irgendwas sagt mir der boden wird sich auflösen du empfängst falsche visionen Ah, wie? Ah, ich anfange falsche Visionen, ist klar. Ich meine, du hörst es nicht, aber der Boden kommt gerade. Echt? Ah, verdammt. Ich habe falsche Visionen. Ich bin immer voll richtig. Du, ja, total. Nein! Engel, ich bin auch voll gut dabei. Das Husche soll drauf anspielen, wie gut du wirst. Ja. Und durch, durch, durch. Nein! Obwohl ich habe, ich habe, ich habe, ich habe, ich habe, alles gut, alles gut, alles gut. Kennt ihr noch mal Klatsch im Moment? Ja, das kenne ich noch. Aber diesmal ist ja wichtig geschafft. Wie schleppe ich noch? Eine. Wow. Hier, komm, stirb. Die. Komm, hier. Hier, 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 hier. Ja, ich bin da so gut. Nein, 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 ich bin da so schlecht. Oh, jetzt habe ich eine Idee. Oh Gott. Gute Idee. Gute Idee. Gute Idee. Super Idee. Ja. Wo ist hier? Ja. Äh? Nee. Nee. Ja, geschafft. Und diese Teleport-Dinger kommt verdammt oft vor. Hm, das ist also Viren. Hm. Ah, nee, das geht auch so. Shit. Hm. Meist nicht sehr schwer. Ich töte meine Gegner. So, gut. Von dem Kriegen war Leben. Aua. Arsche. Shit. Ja, wir sind weit. Wo eigentlich? Das ist so ein Durchblick. Weil das Dungeon ist echt riesig. Hä, letzte Mal? Danach ist das Spiel so gut wie Ende. Dann noch ein paar Hersteile suchen. Ja, das ist der Raum, den ich dachte, dass er es ist. Oh, fuck. Wollt Luftmedaillierung? Ich will keine Luftmedaillierung. Tu es. Ich muss doch irgendeine Fackel sein, und damit das geht. Ganz ober-Rechts-Water-Renner. Ja, da komme ich nicht dran. Das ist ja da, wo ich hier im Stab. Hier waren wir schon mal, oder? Ich meine, die waren wir schon. Können wir auch nachgucken. Ja, obwohl, jetzt hätten wir den Raum eh erkunden. Egal, ich mache einfach hier. Mach mal hier, bis dem Medaillon. Na ja, das Medaillon, was man am häufigsten braucht. Weil es bräuchte mal eine Feder. Wie, das ist nur... Wie kacke ist das denn? Was sowas nenne ich... Unfair. Was sowas nenne ich Magieverschwendung. Die werden ja eingefroren. Wie wäre das letzte Mal? Runter und hoch. Oh yeah, you hero. Na, der Rücksicht ist leicht, immerhin. Immerhin das. Oh Gott. Das sieht aber sehr richtig aus. Das reicht, oder? Nein. Ich mach mal Geschlecht. Ich finde diese Statuen von Ganon mit dem Driforce, einfach total episch. Ich auch, aber ich brauch Magie. Du musst doch nicht von Magie sein. Ich brauch Feen. Oh, f*** dich. Nein. Sag mir, f*** dich. Ich weiß sogar, was hier runter geht. Da. Oh, eine fern wir ja noch. Aber... Okay, wenn's Ball fehlt, wär ich nicht so... Ja, mit dem Milderjungen so... Wow. Das hat viel Spaß. Das war doch der erste Boss. Ja, und wir haben Lichtfeile, obwohl... Die normale Pfeile haben wir ja schon immer einen Schlag tot gemacht. Jetzt haben wir das Schwert ja auch noch. Alter. Auf, auf! Wenn ihr hier jetzt kaputt geht, Das wäre echt schlecht von dir. Halt wie der Warte, der Controller. Total... Vergewaltig. Boah, 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 boah. Oh, Gott. Ah, warte, kommen nicht sogar alle drei ersten Bosse? Ich meine, ja. Hä? Das wird ja dann heißen, dass wir noch voll weit am Anfang sind. Ja, das wird es durchaus heißen. Oh, fuck, der letzte... Habe ich ja mal ganz vergessen. Oh, mein Gott, it's a red enemy. Oh, du hast es im Fall gemacht und nie getötet. Hm. Ich glaube, hier ist das... Wundern dir... Eis? Äh, um alles noch zu, äh, erschweren. Bitte der Boss geht. Ja. Jetzt wird es erst. Oh, yeah. Großer Schlosshaal. Das ist, warum ich eine Fehl verbraucht habe. Sonst würde ich doch keine Fehlwende verbrauchen. Okay, der Schlüssel ist gespeichert. Wenn wir sterben, haben wir denn trotzdem, also von so her. Im dürfsten, wenn jetzt direkt der nächste Boss kommt, aber ich glaube nicht. Nein. Spuckt ihr Feuer, ihr spuckt hundertprozentig Feuer. Ich kenne so Typen wie euch. Alter.